Ein Cocktail-Cherry braucht vielleicht nur der Anfang zu sein, der die Wünsche erweckt, die im Herzen versteckt auf Erfüllung wartet. Zuerst sagt man sie, doch sehr bald zeigt man mehr Sympathie. Man verliebt sich im Blut, dringt man öfter sich zu und sagt plötzlich auch du. Ein Cocktail zu zweien führt dich so wie in das Märchenland ein, wo der Alltag pausiert, weil die Liebe regiert und die Herzen sich finden. Seit Tagen will ich dich deshalb fragen, warum willst du allein sein, statt beim Cocktail zu zweien sein? In jeder großen Stadt gehen die Menschen kühl und stumm vorbei an die. Kein Heirat in Serrat ändert das so prompt wie mein Rezept dafür. Glaube mir, ein Cocktail-Cherry braucht vielleicht nur der Anfang zu sein. Ein Cocktail zu zweien führt dich so wie in das Märchenland. Märchenland ein, wo der Alltag pausiert, weil die Liebe regiert und die Herzen sich finden. Seit Tagen will ich dich deshalb fragen, warum willst du allein sein, statt beim Cocktail zu zweien sein? Ein Cocktail zu zweien kann reizend sein.